Die E-Bothek ist ein hochspezialisierter Entwicklungs- und Produktionsdienstleister auf dem Gebiet der thermischen Verfahrenstechnik. Wir helfen den Kunden bei der Entwicklung und Markteinführung seiner Produkte an. Unsere Kunden befinden sich in den Branchen Spezialchemie, Zulieferindustrie für die Automobilindustrie, Baustoffindustrie oder Spezialanwendung für die Medizintechnik. Die E-Bothek hat eine große Spanne an Anwendungen, in denen sie für ihre Kunden aktiv ist. Das können zum Beispiel Batteriewirkstoffe für die Automobilindustrie sein, wir entwickeln und produzieren Batteriewirkstoffe, die am Ende in einem Hybrid- oder vollelektrischen Auto landen. Das können katalytisch aktive Materialien sein für Autokatalysatoren. Das können weiterhin Baustoffe sein. Wir entwickeln für die Zementindustrie CO2-arme Baustoffe, die im Produktionsprozess CO2-armer hergestellt werden können. Aber auch Spezialanwendungen für die Medizintechnik, wie zum Beispiel zur Gründung Streetways in Bio-Keramiken verwendet werden, sind Entwicklungs- und Produktionsthemen bei der E-Bothek. Die E-Bothek hat den Sprung an den Kapitalmarkt gewagt, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens damit zu finanzieren. Scale ist für uns ein hervorragendes Segment, da die Qualitätskriterien im Segment Scale den Qualitätskriterien der E-Bothek entsprechen. Die Mittelverwendung von dem Börsengang der E-Bothek AG möchten wir für den Ausbau unserer Kapazitäten verwenden. Hier geht es im Speziellen um die Akquisition eines Tages in einem Chemiestandort oder auf die Investition auf die grüne Wiese in einem Chemiestandort. Die E-Bothek hat den letzten zwei Jahrzehnten bewiesen, dass sie wachstums- und margenstark ihr Geschäftsmodell am Markt etablieren konnte. Wir werden auch in Zukunft mit den Mitteln aus dem Börsengang unsere Wachstumsstrategie klar umsetzen.